So, und dann mal ein Hallo und Herzlich Willkommen, Freunde, ich bin's wieder, euer Jesse, und ihr habt schon am Titel erkannt, wir stellen uns heute mal der Frage, ist für Diablo 3 der Zug abgefahren? Ja, die meisten haben's vielleicht schon gesehen, wir haben auch im Stream jetzt letztens sehr häufig drüber diskutiert, und zwar gibt's ja in Diablo momentan mit der aktuellen Season gibt's ein paar Probleme. Einerseits, dass das Season-Thema Abusing im Viererteam eigentlich gewollt ist, ja, das heißt also, es gibt auch fast kein Viererteam mehr, was nicht die 150er Rifts farmt, und auch noch diverse andere Geschichten. Aber fangen wir mal ganz von Anfang an. Einen schlechten Witz hab ich auch mitgebracht, also manche würden behaupten, dass der Zug für Diablo 3 nie gebaut ist, weil die letzten Jahre ja eigentlich nix Neues passiert ist, aber es ist doch ein bisschen was passiert. Fangen wir mal vorne an, und zwar die Seasons mit den jeweiligen Buffs und Items. Ja, also wir gehen mal kurz ein bisschen die Sachen durch, es gibt ja diese von Diablo 3 Sources, die Übersicht für die aktuellen Diablo-Seasons, da seht ihr von Season 1 beginnend, die hat übrigens noch 160 Tage gedauert, das müsst ihr euch mal vorstellen, 160 Tage in der Season, bis jetzt zu Season 21. Season-Themen gibt es seit Season 14. Warum ich das erwähne, komme ich gleich drauf zu. Also Season 14 gab es die ersten Season-Themen, das war Greed, das war glaube ich doppelte Goblins, dann kamen doppelte Bounty-Marts, dann kam der Prunk-Ring, was mir persönlich die beste Season war, also meiner Meinung nach mit dem Grandeur-Ring, dann kam die Long-Season, was mehr oder weniger jetzt sinnlos wäre. Season 18 war mit den, ah was war in Season 18, ich glaube das war mit diesem starken Buff, 19, 20 war dann mit Kanais Würfel, nee 19 war mit dem starken Buff, ich habe vergessen was in Season 18 war, und dann hier Season 21 mit den Wettereffekten. Ich weiß jetzt nicht, was euch am besten gefallen hat, aber ich glaube wir kriegen noch eine zweite Chance und da sind wir jetzt genau, worum es geht. Und zwar ist das Ganze ja folgendermaßen, die letzten Seasons gab es immer wieder für eine Klasse neue Items, beziehungsweise neue Sets. Also jetzt war abschließend der Dämonenjäger und der Totenbeschwörer waren jetzt die abschließenden Klassen und jetzt sind wir durch. Das bedeutet, Content-Technisch, das was versprochen wurde, für jede Klasse ein neues Set und so weiter, das wurde jetzt eingehalten, da sind wir durch, das heißt auch jetzt hier Dämon Hunter, das Set ist eh ganz gut gelungen. Und das Einzige, was uns jetzt noch auf dem Radar steht, sage ich mal, ist der versprochene Balance-Batch. Und zwar ist es ja so, dass natürlich mit der Einführung der neuen Sets gab es jetzt die alten Sets oder auch schon die neuen Sets, die nicht genutzt werden. Ich sage nur, der Totenbeschwörer, also das neue Set von Totenbeschwörer ist ja komplett nutzlos. Jetzt wird natürlich daran gearbeitet oder sollte daran gearbeitet werden, dass wir praktisch mit Season 22, dass da mal drüber gebügelt wird. Und die ganzen Sachen, die man früher nie mehr genutzt hat oder die man jetzt seit einem Jahr nie mehr nutzt, das Inas oder aber, ich weiß nicht, was wir noch haben. Jo, das Mage-Set, ja, das neue Mage-Set, das neue Totenbeschwörer-Set, die gehören alle gebufft, damit das mal hier auf einem Point ist. Die Lonskillungen werden, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund rücken. Das Hexen-Doctor-Set, das neue, das ist noch gerade so okay, aber Jade, Höllenzahn und das ganze andere, das ist mehr oder weniger einfach weg. Oder das hier. Ja, wer sich noch erinnern kann an das in der Serie ist. Also der Plan wäre jetzt mit 22 nochmal einen Patch drüber zu schieben, damit die Sets, die jetzt nie mehr gespielt wurden, noch ein bisschen angepasst werden. Damit die noch in eine Richtung gehen, dass man sagen kann, okay, ihr könnt vielleicht noch das spielen oder diese oder eine Kombination. Und dann wird das wahrscheinlich passieren, was auch viele erwarten, die Wiederholungen. Also es wurde schon mal darüber diskutiert und auch im Forum angesprochen, dass Blizzard plant, für Diablo 3 Season-Themen zu wiederholen. Das heißt also, ich weiß nicht, ob wir in Season 22 noch ein neues Thema kriegen. Ich denke eher, dass wir hier wieder starten. Und das bedeutet, wir starten dann wieder hier bei Season 14, kriegen dann wieder den Doppelte Goblins, Doppelte Bounty Muts und kommen dann vielleicht auch irgendwo hin wieder zu Season 16. Dass man dann sagt, okay, den Prunkring würde ich persönlich gut finden, weil dann könnte man nämlich die neuen Sets und Items mit dem Prunkring mischen. Das wären wahrscheinlich ein paar richtig coole Skillungen, die da rauskommen, glaube ich persönlich. Also es wäre auf jeden Fall noch cleverer, wenn man Season-Themen mixen würde. Dass man zum Beispiel macht, okay, wir mixen Season 14 und 16. Dass du dann sagst, okay, du hast doppelte Goblins und den Prunkring. Also dass du wirklich so harte Loot-Season hast, damit das hier alles nochmal rausgeschossen wird. Weil wir sind ja sowieso, stehen kurz vor der Diablo-Immortal-Ankündigung. Und auch Diablo 4 nähert sich mit großen Schritten. Also ich denke ja persönlich, dass wir nächstes Jahr eine Testphase zu Diablo 4 kriegen. Das heißt also, Diablo 3 hat nur noch die Aufgabe, bis zum Jahresende maximal so ins nächste Jahr rein, die Leute noch ein bisschen mit Content zu feeden, damit sie schön am Ball bleiben, bevor man dann in die nächste Diablo-Produktlinie eingeführt wird und Diablo 3 in diese Linie geht, wo dann Diablo 2 ist. Also es werden zwar immer wieder Seasons starten, diese werden aber keine neuen Inhalte oder Sonstiges bieten. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich glaube, das ist das, was Diablo erwartet. Ich persönlich war sehr froh, dass wir zumindest noch die Season-Themen bekommen haben. Weil wenn ihr euch hier zurückerinnern könnt, ich glaube Season 11 war die Einführung des Negros. Dann hier von 7 bis 10, da ist glaube ich gar nichts passiert. 11 und 12 war super, 13, 14, also 13 ist glaube ich nichts passiert und 14 dann mit den Season-Themen hat man sich langsam herangewagt und dann wurden die Themen immer verrückter. Also immer verrückter bedeutet einfach, sie wurden immer stärker und im Endeffekt ist das jetzt so, dass man ja gar nicht mehr auf den DPS der Klasse spielt, sondern was man jetzt macht, ist mehr oder weniger, man hat es auch beim Barb gesehen, man nutzt halt einfach das Season-Thema. Ich meine, das ist jetzt eh nicht mehr möglich. Das Season-Thema könnte jetzt aktuell noch gut in den Gruppenspielen nutzen, deswegen auch überall in der Gruppe 150 plus und so weiter, also bis 150. Ja, mal schauen. Also das denke ich mal, dass Diablo hier auf den jeweiligen Ast ist. Es werden uns noch ein paar Schmankerl erwarten, wenn die richtigen Season-Themen kommen und vielleicht ein guter Balance-Batch, dass man wieder mal einen Generator-Monk sieht oder einen Jade-Doc oder so, dass vielleicht zumindest sich die XP-Meters und das normale Meter ändert. Also das glaube ich ist schon etwas, wenn es in Diablo so weit läuft, dass jede Season ein bisschen das Meter switcht, damit die Leute auch mal andere Klassen spielen, dann glaube ich ist man da schon ganz gut dabei. Ja Freunde, das war ein Update. Was ist eure Meinung dazu? Ist der Zug für Diablo abgefahren? Ab damit in die Kommentare. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lasst mir einen Daumen da, obwohl das Thema jetzt nicht ganz so berauschend ist. Und dann sage ich wie immer, viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.